ja eine frau nur 50 kronen diamant 81 kronen und ich vermisse meinen freund so erfunden große überraschung hier ist ein brief von ihm er will dass ich zu ihm ziehe ach ich bin ja so aufgeregt ich muss so viel vorbereiten gut riemick weiß ich wenigstens wo ich jetzt nach dem typen suchen muss der brief geschickt hat vielleicht erinnere ich mich wenn ich ihn wieder sehe auf jeden fall heißt das noch ein festbelohnung okay war nicht knapp passt hä m watsch aus funktioniert nicht also das darfst du schön patchen wenn der nächste patch rauskommt für unleashing of chaos vier punkten halt 1.05 wäre das dann glaube ich 1.05 wir mhm dadadam 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 dam okay da hinten ist der ausgang das heißt raus aus der stadt rein nach remick Jungen suchen, der Brief geschickt haben könnte und dann noch mal kurz was schauen. Ganz schön, ich habe das Tuck schon mal gehört. War das ihr? Ne Diogna? Vielleicht war das auch der Kult hier unten. Zendrik? Ne. Egal, ich bin aufgeschmissen. Den werde ich schon irgendwie finden. Ich muss weltweit nur einen NPC finden, der dazu was zu sagen hat und dann bin ich weiter. Schöne Aussicht. Da 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 da. Remake, welcome back in Remake. Da 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 town of. It's so sweet the music in the background. Pew 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 pew. Das führt euch zu mir eigentlich nichts. Gut. Okay, hier ist der Junge nicht raus hier. Warst du das vielleicht? Junge, hast du den Brief geschickt? Ja, und hat meine Freundin den Brief bekommen. Ja, und sie hat dein Angebot angenommen. Sehr gut. Ich habe hier eine Belohnung. Ich bin so glücklich. 1,5 und Erfahrungspunkte. Gut. Habt ihr was Neues? Ne, die macht mich gleich stark. Habt ihr neue Rüstung? Nein. Ich brauche wieder was Neues. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. So, damit wird die hier auch schon erledigt. Die Mission. Und... Tja. Wo finde ich was mit dem Tup-Clane raus? Jetzt. Durchsuchen wir kurz das Wäldchen hier. Weil ich ja alle Welter der Welt durchsuchen muss, um zwei bescheuerte Truhen zu finden. Die einen und denselben Gegenstand haben, wenn ich es richtig gelesen habe. Scheiße. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich es suchen könnte. Halt. Jordan. Okay. Wollen wir mal. Enten und Legions. Das erste Dorf. Reinersdorf. Musik. Musik. Auf irgendeine Weise ist immer was los. So hieß die Stadt schon heute oder erst später? Ich glaube erstmal mit allen draußen, weil... Ihr seht schon weilen. He 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 he. Wuh. Jahu. Du bist aber schnell. Ich bin die Schnellste. Wum. Wum. Hi. Nicht so schnell erkennend. Dieser Wirbelwind. So sind Kinder. Schnell, flink, flott. Ellen. Dein Wundgewinn teilt diesmal wieder unübertrefflich. Aber ein kleines Dorf mit drei Leuten außerhalb? Naja, wie auch sei, beim nächsten Mal durchsuche ich diese Stadt und sage dann erstmal den 15. Spielstand. Ciao. Bis nächstes Mal, Leute.